So was krasses passiert, als ich mit meiner Katze Gassi gegangen bin. Schöne Haare kommen zu dir. Ich hab nämlich eine Visitenkarte gefunden. Und da meine Haare eh scheiße aussehen, bin ich schnell nach Hause gelaufen und hab dort angerufen. Okay, dann muss gleich. Als ich duschen gehen wollte, hab ich dann gesehen, dass der Friseur mit meinen Fingerskateboards gespielt hat. Und wie das halt mit dem Heimfriseur eines Geringverdieners abläuft, muss man in der Dusche duschen. Machst du das nicht mit der Schere? Scheiß auf Schere. Okay. Oh mein Gott, und kennt ihr das, wenn der Friseur einen die ganze Zeit an den Haaren zieht? Oder dich in den Schwitzkasten nimmt? Oder mit deinen Haaren spielt, als wärst du eine Puppe? Nur noch föhnen. Und dann war die Transformation zu Finn Wolfhard komplett. Jetzt seh ich aus wie Finn Wolfhard als Pudel. Und wenn ihr auch wie Finn Wolfhard als Pudel aussehen wollt, dann schreibt Linus.